Und dann Moinsen zu einem, wie ich es wahrscheinlich auch genannt habe, im Titel, ja, der VfB vor dem Pokal-Video, weil es jetzt nicht richtig Stichpunkte ist, auch nicht richtig VfB-News und auch noch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen Mischmasch, was wir jetzt hier noch so vorm Spiel haben, was man so abarbeiten kann. Morgen dann der Vorbericht für das Frankfurt-Spiel am Mittwoch, auf das die Vorfreude auch schon extrem riesig ist, kann ich nicht anders sagen. Wir fangen ein bisschen Transfer-News, haben dann noch ein paar Themen zum Gladbach-Spiel, zum Sieg gegen Gladbach und dann am Schluss noch so ein bisschen, haben wir mal das in der Mediathek nochmal angeschaut oder den Hauptteil davon angeschaut, nämlich von Werle im Doppelpass und da haben ein paar Stichpunkte dazu gemacht, auch viel auf Twitter noch gehabt, was mich auch bestätigt hat in den Stichpunkten, die ich gemacht habe, sag mal so, ja, und besprechen das hier einfach mal auf ganz entspannt auf einen Montagabend. Wie gesagt, Vorbericht dann morgen, wir legen los. Finn Böhmker zum VfB, Hamburg U19-Keeper wechselt zu uns im Sommer, das Ganze ablösefrei, so wie es aussieht, weil der Vertrag ausläuft. 18 Jahre alt, Torwarttalent, viel mehr würde ich euch anlügen, wenn ich euch viel mehr zu ihm erklären wollen würde. Ich habe ihn nicht verfolgt, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er für die VfB U21 und das kann dann vielleicht auch, Torposition eh spannend dann Richtung Sommer, weil es ja auch gerichtet gibt, dass da vielleicht Müller ja einen Wechsel nahe liegt. Bredlo spielt gerade echt top, also da könnte vielleicht nächste Saison auch als erste Wahl oder als Nummer 1 in die Saison gehen, hast du noch einen Schock und so Geschichten in der Hinterhand und eben auch Dennis Simon, den du ja als Riesentalent da drin hast, hinten auch ohne da jetzt selbst jemals großen Spiel von ihm gesehen zu haben, aber wirkt ja so, auch Unnationalspiel und so Geschichten, dass er wirklich ein Riesentalent ist. Vielleicht, wenn der in die U21 geht, ist das auch ein Zeichen, dass vielleicht Simon schon einen Tacken früher in den Profikader gehoben wird. Er trainiert ja auch öfter mit den Profis aktuell wieder. Also auf jeden Fall Torposition sehr, sehr interessant für den Sommer schon mal. Tomas billiger zu haben, weil wir wissen ja, oder wussten ja, dass wir irgendwann bis irgendeinem bestimmten Zeitpunkt konnten wir glaube ich für 13 Millionen holen, jetzt können wir für 15 grob holen, was für mich viel zu viel ist für Tomas. Nun gibt es Gerüchte aus Portugal, das ist ja Sporting, der Leihklub von ihm, dass sie die 15 Millionen nicht unbedingt brauchen und wir sie auch nicht zahlen würden, das noch eher und eben sie bereit wären auch 7,5 bis 10 Millionen auszuhandeln. Auch das muss ich sagen, gerade wenn man eben den Vergleich zieht, ein Gerasi im Sommer kostet ja scheinbar 9 Millionen, ein Tomas für den gleichen Preis, das wiegt sich nicht auf, das passt irgendwie nicht, finde ich. Und wer weiß, wie groß unsere Geldbörse ist im Sommer, also würde ich auch keine übertriebenen Summen für Tomas ausgeben, weiterhin aber trotzdem auch. Der Kollege ist 20 Jahre alt, der hat schon einen Impact gehabt bei uns, auch direkt nach Beginn, direkt von der Laie an, direkt funktioniert auch, wichtig gewesen letzte Saison. Mittlerweile kommt auch wieder besser rein und auch ganz gut gefallen jetzt wieder gegen Gladbach. 15 zu viel, 7,5 bis 10, mir auch fast zu viel. Wenn man da vielleicht Sinn bekommt, den irgendwie auf, keine Ahnung, 5 Millionen mit Bonis oder sowas zum Beispiel runterzubrechen oder auf 6 Millionen oder sowas auf jeden Fall, irgendwas unter die 7,5 noch zu kommen und das Geld hat für ihn, dann ist das vielleicht sogar gar keine schlechte Option. Mal gucken, wie sie da verhandeln können im Sommer. Interesse an Massimo und da haben wir jetzt, ja, 2. Liga, Portugal ist der Kollege unterwegs, gerade auf Laiebasis, habe es ja schon mal in einem Video angesprochen gehabt, wo wir bis auf die Live-Spieler geschaut haben, dass auch er nicht wirklich eine Zukunft hat beim VfB. Hat noch Vertrag bis 24 und scheinbar hat sich der 7. Platz aus der 1. Liga Portugals, Vitoria Guimaraes, Interesse an ihm, auch erst 22, darf man auch nicht vergessen. Und ja, warum nicht? Wenn die Interesse haben, wenn Massimo da Bock drauf hat, hinzugehen, dürfte dem auch nicht viel im Weg stehen. Großkohle für den kriegst du wahrscheinlich auch nicht, 1,5 Millionen Mark weit hat er aktuell. Aber schon mal ein gutes Zeichen für Massimo, würde ich sagen, weil 2. politische Liga ist ja eigentlich an und für sich echt ein absoluter Vollquatsch, so ganz naiv gesehen aus Fans Sicht, so Vollquatsch ihn da hin zu verleihen oder für ihn auch da hin zu gehen. Ist ja kein richtiges Niveau, ohne da jetzt jemals ein Spiel gesehen zu haben, aber vom Gefühl her kein richtiges Niveau. Ist ja gefühlt wahrscheinlich wie 3. Liga in Deutschland. Und dann, dass sich da ein Erstligist interessiert, weil die haben ja durchaus interessante Klubs in der 1. portugiesischen Liga. Kein schlechtes Zeichen für seine Leistungen in Portugal, wenn er da ein bisschen auffällt. Und mal gucken, wie es im Sommer mit ihm weitergeht. Und dann haben wir Castanaras noch. Castanaras, Transfer, Fragezeichen, sage ich mal, hat der Kicker hier ein bisschen reingebracht, dass Castanaras im Fokus von Düsseldorf und Hannover sei. Wenn ich es richtig sehe, haben sie nicht mehr groß dazu geschrieben. Scheinbar beide ein bisschen Interesse geweckt an ihm aus der 2. Liga. Trifft für die U21 wieder regelmäßig gerade Castanaras. So ein bisschen seinen Platz verloren bei uns im Sturm. Oder was heißt es im Sturm? Platz verloren. Und er hat ja nie richtigen Platz gehabt. Ich meine eher in Richtung Bank. So Kaderplatz ein bisschen verloren. Deswegen, Kicker schreibt hier nichts von fixem Transfer oder von Laie oder sowas. Aber ich glaube, wenn es um Castanaras geht, geht es glaube ich nur um eine Laie. Also mich würde es wundern, wenn sie den wirklich fix abgeben würden. Und dann, ey, Laie zum 2. Ligisten. Warum denn nicht? So, Düsseldorf-Hannover, weiß ich, wer es da nötiger hat, von den beiden vorne im Sturm. Aber warum nicht 2. Liga? Kann man sich mal überlegen im Sommer. Je nachdem, wie man auch intern mit Castanaras plant für die Zukunft. Und dann kommen wir zu VfB 2 zu 1 gegen Gladbach. Wir fangen erst mal mit etwas Negativerem an. Danach kommt sehr viel Positives logischerweise. Aber hier wurde auch vom ZVW wieder berichtet. Auf dem Frühlingsfest in Stuttgart sind nach VfB Gladbach zwei Gladbach-Fans von Vermummten, Tätern, Böse verprügelt worden. Ein Fan kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Und sowas liest man leider immer, immer, immer wieder nachspielen oder auch schon vorspielen oder rund um die Spiele. Und das, ja, wie gesagt, ganz simpel gesagt, benehmt euch. Also warum passiert sowas immer noch? Also das ist für mich wirklich unbegreiflich. Keine Ahnung, ob dann, was weiß ich da, was da eine Rolle spielt. Ob man einfach selber ganz komisch drauf ist, dass man Bock darauf hat, Leute zu verprügeln. Ob da Alkohol eine Rolle spielt. Ob irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Fan-Ingwie, keine Ahnung, Fan-Hass quasi irgendwie gegenseitig eine Rolle spielt. Aber das ist halt komplett abartig und komplett unnötig, nicht zu fassen, wie es auch dieses ZVW schreibt. Von dem her, den Punkt hier, benehmt euch bitte. So, das muss einfach nicht sein. Wirft immer ein schlechtes Bild dann auch auf VfB-Fans generell. Wird ja auch gerne dann verallgemeinert bei so Geschichten. Deswegen einfach so eine Scheiße sein lassen. Und jetzt gehen wir zu den richtigen, wichtigen Sachen oder den schönen Sachen besser gesagt. Choreo. Also, eine richtig geile Choreo hatten wir am Start gegen Gladbach vom Schwabensturm Stuttgart. Wir waren ja auch wieder voll mit drin. Habe es ja auch im Vlog dann mit drin gehabt und auch gesagt danach im Fazit, dass es wirklich von hinter uns quasi aufgerollt wurde. Die Blockfahne, schönes Ding, Schwabensturm Ultras, geile Choreo gewesen. Ich glaube auch ein Rammstein-Lied abgespielt, was mir auch gefallen hat. Sehr, sehr geile Nummer, mal wieder. Gerasi fraglich. Der nächste Punkt, das ist das Erste, was ich hier habe. Ich will mal hier ein paar Tabs durch. Es ist ein Gerasi-Bild, wo er sich mit Millionen Kulibarien in der Umkleide freut. Aber natürlich am wichtigsten, ob er mit woher spielen kann. Gibt es auch nicht viel Neues bisher. Ich glaube, so die Aussage war, dass man nicht zu früh grünes Licht geben will. Dass man nicht zu früh sicher sagen will, dass es klappt. Aber auch nicht sagen will, dass es nicht klappt. Also ist noch recht offen scheinbar. Hatte einen Cut und deswegen musste er auch raus. Und generell hat der VfB scheinbar eben die Devise bei Kopfverletzungen, gibt es eine Auswechslung oder vielleicht auch die gesamte Liga. Wie auch immer finde ich grundsätzlich auch eine gute Idee, das so zu machen. Da vorsichtig zu sein und wieder Cut und Schwellung über dem Auge. Deswegen war die Sehfähigkeit bei ihm beeinträgt. Aber wie ich es auch hier hatte mit dem ersten Bild, was ich hier drin habe, mit dem ersten Tweet, den ich drin habe. Natürlich bin ich immer alle Links im Sammelding unten in der Videobeschreibung. Ja, hat gefeiert danach, hat mitgehüpft und die Geschichte. Also ich glaube, rein von dem Ding her soll es passen. Wenn halt wirklich die Sehfähigkeit eingeschränkt ist, dann natürlich eher scheiße. Das ist ja auch ganz klar. Aber ich glaube, wir können uns schon leicht der Hoffnung machen, dass es am Mittwoch klappt mit dem Gerasie-Einsatz. Zusammenhalt. Zusammenhalt auch sehr, sehr wichtig. Das erste ist hier ein Bild von Borna Sosa in der Kurve. Macht den Anstimmer da. Stand da auf dem Zaun Richtung Podest, hat da angestimmt. Hat scheinbar gesagt, danke, wir brauchen euch an der Mittwoch jeden Einzelnen. Dann hat er auch noch 18.93 Uhr angestimmt. Also sehr, sehr geile Aktion. Mal gucken, ob das auch bei einem Borna Sosa vielleicht in verschiedenen Richtungen zu interpretieren. ist für den Sommer. Bisher gibt es noch keine Gerüchte, ist ja auch klar. Ist doch noch nicht vorbei so. Aber ey, warum stellt gerade er, gerade er sich da mitten in der Saison, quasi mit einer Saisonschlussphase in die Kurve und jubelt und bedankt sich und hier und da an bestimmten Sachen an? Vielleicht kann man sich bei Sosa, ich will gar nicht zu weit gehen, aber vielleicht kann man sich bei Sosa ein bisschen Hoffnung machen, dass der vielleicht doch über den Sommer hinaus auch noch bleibt. Vielleicht wirklich sich komplett identifiziert mit dem VfB, weil man auch da wieder sagen muss. Dass wir, glaube ich, generell als Fanbasis uns davon ein bisschen, ich weiß, es ist schwer, ich will es eigentlich selber auch nicht tun, aber so ein bisschen entfernen sollten, da zu viel reinzuinterpretieren in Sachen Vereinsidentifikation. Und er liebt den Verein und doch, warum sollte er wechseln? Ich glaube, so tief geht das dann doch bei den meisten, sag mal modernen Spielern dann halt doch nicht mehr. Ja, aber ey, vielleicht haben wir damit Sosa doch einen, der da noch ein bisschen verwurzelter ist. Das ist ja auch aktuell der Dienstälteste bei uns, seit 2018 da. Kein Spieler ist länger da als er. Vielleicht ist da echt was da und je nach dem Angebot natürlich auch im Sommer, je nachdem, was da auf dem Tisch liegt. Mal schauen, was da so passiert. Und auch hier nochmal, Gerasi, Tweet hier gerade vor mir, finde es auch sehr wichtig und sehr schön zu sehen, wie viele Spieler und auch in der Regelmäßigkeit, wie oft sie Spieler bedanken. Die Fans waren unglaublich, schreibt Gerasi und so weiter und so fort. Finde ich auf jeden Fall ein wichtiges, wichtiges Zeichen. Zwei Spieler des Spieltags haben wir auch mit drin. Bei der Sportschau hat es einmal Anton reingeschafft und auch einmal Gerasi, beide hochverdient. Also der auch bei uns hier bei meinem VfB die beste Note bekommt oder mit unter die beste Note bekommen. Wäre er für ein Match geworden. Top-Daten abgeliefert. Und Gerasi, habe ich auch schon nach dem Spiel gesagt, Boss, absoluter Boss, was er da vorne macht. Deswegen, umso wichtiger ist er natürlich am Mittwoch auch wieder spielen kann. Kommen wir zu Koulibaly-Dilemma, nenne ich es einfach mal. Weil er hat wieder getroffen gegen Gladbach, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Elfmeter war. Aber ihm wird sich eben die Frage stellen dann eben, ich sehe es hier nochmal bei Transwerberg.de, im Team seit 2.07.2019 und Vertrag eben jetzt bis zum 30.06.2023. Sehr viele wollen mit ihm verlängern, weil er eben aktuell auch einfach ein bisschen aufblüht in dem Sinne oder zumindest eine gewisse Wichtigkeit hat, eben vor allem als Einwechselspieler. Vielleicht kann er irgendwann mal wieder von Beginn an spielen, aber gerade vor allem als Einwechselspieler auch wieder ein paar Hütten auch gemacht hat, eben auch immer Wirbel reinbringt, den gerade im Dortmund-Spiel es nochmal quasi belebt hat mit dem 1 zu 2 dann. Also aus der Sicht, aus der, wie sagt man so schön, aus dem Recency-Bias, also eben aus dem, dass man eben sich immer eher auf aktuellere Dinge fokussiert, wenn man Sachen bewertet, als eben auf Dinge, die schon länger her sind. Dazu gab es eben auch die Berichte von der Bild und so, dass er scheinbar sicher ist, dass er geht im Sommer. Schalke ist nochmal dran gewesen sein oder immer noch dran sein, wer weiß, aber die haben jetzt auch, glaube ich, Gerüchte um Joninov, um die Rückkehr. Also so gesehen hätten die ja vorne flügelpositionmäßig doch ein anderes Transfer ziehen, noch was bei denen auch vielleicht ein bisschen wichtiger wäre mit Joninov. Und Kulibali habe ich deswegen Dilemma genannt, weil ich würde es einerseits verstehen und ich würde es einerseits auch fühlen, wenn du ihn verlängerst im Sommer, weil es gerade einfach ein bisschen besser läuft und das ist der Pluspunkt, oder der größte Punkt, den auch viele geschrieben haben, den ich gar nicht so richtig erst mal im Kopf hatte auf den ersten Blick. Du brauchst den Ersatz. Also es ist, glaube ich, zu 100% billiger, mit Tongi, Kulibali, mit Tongs im Sommer zu verlängern und eben immer diesen Aktivposten zu haben von der Bank aus, wenn es hoffentlich so bleibt, vielleicht wird er sogar nochmal besser. Wurde auch gesagt, dass er im Trainingslager in der Vorbereitung vor die Saison top war und dann wieder ein paar Rückwürfe hatte, Rückschritte hatte. Du musst ihn erst mal ersetzen. Und da findet man jetzt erst mal wieder für anständiges Geld jemanden, der so einen Effekt bringt von der Bank, der auch erst 22 ist wie Kulibali, Flügelspieler und so. Das wird auf jeden Fall alles teurer und sicherlich auch schwerer, als einfach mit Kulibali zu verlängern. Kulibali hat auch Posts abgesetzt in die Richtung von VfB-Liebe und so Geschichten. Ja, andererseits eben, und das nochmal dran sind, deswegen Dilemma, so ein bisschen Pro-Contra-Liste gerade aus dem Kopf raus, dass er eben, wie gesagt, seit 2019 dabei ist. Er ist seit 2019 dabei und so richtig wichtig wurde er bisher noch nie. Also auch damals, er kam ja aus dem Jugendbereich von PSG, dass er in der zweiten Liga nicht alles so schießt, ist auch irgendwo logisch. Er ist immer noch saujung, 22 immer noch. Aber eben auch dann 2021 ein bisschen mehr gehabt. Dieses Spiel in Dortmund hat man immer im Kopf. Auch natürlich jetzt das nächste Spiel, was man mit Dortmund hat, was man mit ihm im Kopf hat. Wie alle auf einer guten Welle geschwommen, 2021, letzte Saison auch überhaupt keine Rolle richtig gespielt. Die Saison eigentlich auch nicht so wirklich. Oder Labbadia ein bisschen mehr als Einwechselspieler immer wichtiger. Also aus der Sicht von aktuell und wie es gerade läuft und dass man eben auch einen Ersatz für ihn brauchen würde, der sicherlich mehr kostet, würde ich sagen, von länger. Aus dem Aspekt von, ey, der Kollege ist dann seit vier Jahren da und wirklich elementar wichtig und Stammspieler, Startup-Spieler ist er nie geworden. Das ist dann eben das Gegenargument. Mal gucken, was sie da mit Koulibaly planen. Platz 15, das ist das Ergebnis aus dem 2-1 gegen Gladbach. Schauen wir mal kurz auf die Tabelle drauf. Wir mit 28 Punkten und minus 14 Toren. Bochum auch 28 Punkte, aber eben minus 34 Tore. 20 Tore steckt, das holen die auch im Leben nicht mehr ein. Auf Platz 16. Wie gesagt, auch unser großer Vorteil. Hoffenheim hat auch noch minus 12, das ist auch ganz gut dabei. und Augsburg, falls da nochmal mit reinkommen in die Verlosung bei minus 16, ist auch noch vergleichbar. Aber Schalke minus 29, Hertha minus 26. Die Torabstände lassen sich normalerweise aus, was passiert, was komplett verrückt ist in den letzten Spielen, nicht mehr groß ändern. Das heißt, wir haben auf jeden Fall immer schon mal einen Punkt mehr. Denn gerade ist es halt auch nur ein Punkt auf Schalke. Dieser Sieg gegen Bremen. Mich würde es ja freuen für Schalke, wenn sie drinbleiben. Die Konstellation, dass Schalke drinbleibt und wir drinbleiben, fände ich am schönsten. Schalke muss in der Liga bleiben eigentlich, aber als Konkurrenz hat es mich ein bisschen gestört, das 2-1. Ich hatte schon gedacht, dass sie gegen Bremen punkten könnten, aber einen Sieg hatte ich nicht ganz gerechnet. Deswegen hatte ich mich eigentlich mit einem 1-1 zufrieden gegeben. Dann fällt das Tor halt noch. Natürlich auch Explosion, alles geil gewesen auf Schalke. Ein Punkt Abstand auf Schalke, aber eben mit dem Torverhältnis eingerechnet sind es zwei Punkte Abstand auf Schalke 04. Und Hertha BSC, das sind sechs Punkte Abstand. Mit Torverhältnissen sieben. Klar, die haben halt noch uns zu Hause, die haben noch Bochum zu Hause. Die haben noch Spiele, wo sie Punkte holen können. Ich glaube, Augsburg auswärts auch noch. Aber die wirken gerade schon sehr, sehr abgestiegen. Hoffenheim ist zum Glück auch wieder verloren. Da hat man so ein bisschen Angst gehabt. Oder auch ich gedacht, die sind eigentlich zu gut, um da rauszukommen. Aber vielleicht, ja, lassen wir die mal in ihrem Glauben, dass sie sich so wohl fühlen und auch alles wieder ganz okay lief. Und dann mal so die ersten Siege und so weiter. Die sind gerade nur einen Punkt weg von uns. Die sind 29 Punkte. Die sind gerade auch nur zwei Punkte, gut mit Torverhältnis, aber drei Punkte vom Platz 17 weg. Also ich glaube es immer noch nicht, aber das Wunschszenario, dass vielleicht sogar Hoffenheim noch ganz tief mit unten reinrutschen könnte auf 17, 16, ist zumindest noch rechnerisch natürlich absolut drin. Und das soll es gewesen sein von dem Blick auf die Tabelle. Wir machen weiter mit Respekt Hoeneß. Muss man einfach so sagen. Respekt an Sebastian Hoeneß, was der da übernommen hat, in was für einer Situation er übernommen hat. Und jetzt ist er der erste Trainer des VfB Stuttgart seit fünf Jahren, der in seinen ersten vier Bundesligaspielen ungeschlagen blieb. Das heißt, es sagt auch viel aus über die ganzen anderen Trainer. Ich weiß nicht, wie es bei Tim Walter war, aber sie springen ja hier von der Bundesliga. Hier Sky und Obta ist die Quelle, aber eben auch nochmal eine andere Tabelle, die Hoeneß-Tabelle. Vier Spiele unter Hoeneß in der Bundesliga und wir stehen auf Platz fünf. Auf Platz fünf stehen wir in der Hoeneß-Tabelle, also eben in den vier Spielen, die er da war. Übrigens über uns auf Platz vier, Bayer Leverkusen, auf Platz drei Dortmund, auf Platz zwei Leipzig, auf Platz eins Freiburg. Also auch kein Bayern dabei. Köln auch auf Platz sechs hinter uns. Die Bayern nicht mal bis Platz neun dabei. Also eine sehr, sehr interessante Tabelle, seitdem hier Sebastian Hoeneß am Werk ist. Und zum Schluss noch, bevor wir zum Doppelpass kommen, was ein bisschen random ist. Deswegen, wie gesagt, einfach Sachen, die mir aufgefallen sind und die ich so ein bisschen auch hier reinbringen wollte ins Video. Nämlich Nachspielzeit. Lol. Nenne ich es einfach mal ganz dumm. Weil es ist echt so ein Moment, wo ich mir denke, hä, warum? Aber wir dachten es wieder im Stadion, bei diesen, glaube ich, acht Minuten Nachspielzeit waren es dann. Warum läuft die Zeit nicht weiter? Warum läuft die nicht weiter? Und es ist tatsächlich so, dass das eine offizielle Vorgabe von DFL, DFB ist. Irgendein Unterpunkt 9 ist das hier, habe ich auf Twitter gefunden als Screenshot. Unterpunkt 9, Stadienuhr. Zeitanzeiger mit besonderem Laufwerk, 2x45 Minuten, können in Betrieb genommen werden. Der Zeitanzeiger muss in der Stellung 45 Minuten beziehungsweise in 90 Minuten gestoppt werden. Heißt, du darfst echt im Stadion, ich weiß zwar nicht warum, aber du darfst nicht nach der 45. Minute noch Nachspielzeit anzeigen und auch nach der 90. Minute nicht. Heißt für uns weiterhin irgendwie, wie, keine Ahnung, ich zum Beispiel lasse die Kamera meistens einfach voll durchlaufen, ab der 90. drückt drauf, lasst durchlaufen, um zu wissen, wie lange wir noch haben. Manche machen eine Stoppuhr auf dem Handy. Das muss man leider weiterhin so machen, weil die Regel gibt es halt echt tatsächlich. Kommen wir zu Werle im Doppelpass und ich habe wirklich einfach, glaube ich, von Minute 27 bis so eine Stunde grob geschaut, wie es mir auch vorgeschlagen wurde unter dem Stadionvlog, aus der Wiederholung, die man sich reinziehen kann vom Doppelpass und gehe einfach ganz immer mal durch, was ich mir stichpunktmäßig runtergeschrieben habe von der Doppelpass-Geschichte. Vielleicht ist das was Neues für euch, vielleicht nicht, vielleicht haben wir es gesehen, vielleicht haben wir nicht gesehen, den Podcast, perfekt, den Doppelpass natürlich. Defizite im Kader, es gab, wurde genannt, es gab Schüsse gegen Misslandtat von Werle, aber zur Genüge. Auch die Sprache von der One-Man-Show kam aus dem Mund von Werle. Der hat wirklich schon ziemlich die Siege runtergeredet unter Wimmer, so nach dem Motto, ja, war oft knapp, Sieg 92., Sieg 98. Ich weiß nicht, ob ich das so machen muss. Dieser Quast, hieß er, glaube ich, der Freie Journalist, war ziemlich on fire und hat ein bisschen Contra gegeben. Was stimmt, was sie auch angesprochen haben, ich glaube auch der Journalist angesprochen hat, der Freie Journalist, dass Labbadia sicher seinen Anteil er hat am aktuellen Erfolg, eben in Sachen Basics, in Sachen Fitness, Laufleistung, Zweikampfbereitung und so weiter, was er so ein bisschen den Leuten, den Spielern eingetriezt hat. Werle meint auch, dass die Entlassung nichts gekostet hat, also der Trainerwechsel von Labbadia auf Hoeneß, ob man das ihm glaubt, ist die andere Geschichte und was wirklich auch immer wieder stört, nicht neu ist im Doppelpass, sondern schon seit Wochen stört, er bekommt es halt wirklich nicht über die Lippen, ums Verrecken nicht über die Lippen einfach zu sagen, ja, Labbadia war ein Fehler oder in irgendeiner anderen Art und Weise das zu sagen, weil es war ja einfach so nach sportlichem Abschneiden, Hoeneß hat jetzt schon mehr Punkte geholt als Labbadia, so, er war es ja einfach und auch hier nochmal gesagt, Niederlagen und Labbadia kamen bei ihm, ja aus der Art und Weise darüber gesprochen hat, kamen die gefühlt geiler rüber als die Siege unter Wimmer, auch klassisches Ding bei Werle, sobald irgendwie ein bisschen Fronts gegen ihn kommen, ein paar Sachen gegen ihn kommen, Kontra kommt, geht er sofort in Abwehrhaltung, wo man da recht hat, Werle, was ich auch oft so sehe oder generell immer so ist im Fußball, wenn wir gerade auf Platz 8 stehen würden, würde auch vereinspolitisch würden die wenigsten Sachen jucken, so, das ist immer ein Zusammenspiel aus sportlichem Erfolg und dann eben Unmut aus der Fan, aus dem Fanlager einfach generell, Labbadia sei im Vertrag sehr entgegengekommen, das hieß es ja auch immer, hat der Quaster dagegen gehalten, dass das Trainerteam 4 Millionen gekostet haben soll, dass auch von fast 1 Millionen Euro Nichtabschicksprämie ist die Rede für Labbadia, Werle sagt, dass das nicht stimmt mit den Vertragsinhalten, andere auch auf Twitter haben geschrieben, ich glaube Ricky war es auch unter anderem, dass auch sein Wissen statt ist, dass Labbadia eine Nichtabschicksprämie kassieren würde, Bartles und Daumen, die auch dann mit dabei waren in der Runde, heben, werde ziemlich in den Himmel, das ist das Beste, was im VfB passieren kann, in Glücksgriff und so, ja, kommt für uns VfB-Fans, ja, wirkt falsch, klingt einfach ein bisschen übertrieben und nicht so, wie wir es aktuell erleben, immerhin hebt Bartles Gerasi hervor, habe ich auch getan in Labbadia, weil so kack es auch lief und so viele Fehler auch gemacht hat, mit einem Gerasi vorne drin in 11 von 11 Spielen und ich glaube, 3 von 11 Spielen wäre, glaube ich, auch schon sehr viel mehr gegangen unter Labbadia, Bartles labert auch raus, dass Missenheit Gerasi nicht hätte haben wollen oder andere Leute hätte haben wollen, das wurde auch auf Twitter ein bisschen diskutiert, auch da wieder von Ricky mit drin, Ricky Palm, die Info, dass zum Beispiel Nyonto oder Knonto, wie man ihn ausspricht, dass er den hätte lieber gehabt, Missenheit, aber so wie es rüberkommt, so wie es erklärt wurde auf Twitter öfter, wollte er ihn als Perspektivspieler haben und Gerasi als Soforthilfe, also das, was Bartles da sagt, stimmt nach mehreren oder mehreren Berichten her, stimmt das nicht, dass Missenheit Gerasi nicht haben wollte, das stimmt einfach nicht und auch hier wieder war wohl ein Punkt, wo er es nochmal gesagt hat, dieses Zitat von zum damaligen Zeitpunkt waren wir voll überzeugt, weil Labbadia, es nervt halt einfach, es nervt einfach und hier nochmal gesagt, sag doch einfach, beispielsweise im Nachhinein war es ein Fehler, so wie es sportlich gelaufen ist, irgendwie in der Form, aber das bringt mich über Lippen, er sagt weiterhin, damals war es eine richtige Entscheidung und das kann man ja so sehen oder damals war ich auch erstmal nicht komplett davon abgeneigt, ihn zu holen, Labbadia auch wegen eben seinem Track Record bisher mit Abschiebskampf und ganzen Geschichten oder Erfolgen, die er bisher hatte, aber dann sag doch wenigstens, weil es ist ja offensichtlich so, es ist ja sportlich offensichtlich so, dass es nicht lief so. Auch ich sage, wer übertreibt da meiner Meinung nach komplett, wie auch schon gesagt, Niederlagen, knappe Niederlagen unter Labbadia spricht er schöner als die knappen Siege unter Wimmer, aber auch ich habe es auch angebracht in Videos, auch nach Expected Points zu erwartbaren Punkten hätte es unter Labbadia auch deutlich, deutlich besser laufen können nach den Möglichkeiten, die wir hatten, nur da war man eben nicht kaltschneutig genug, war nicht eiskalt genug, er hat auch ein Gerasi gefehlt und sowas, also das ist so ein bisschen, so eine Abwägung, er hat, irgendwie kam sie auf schlechte Spiele und da hat er natürlich auch Wolfsburg und so Geschichten genannt, aber was er nicht genannt hat, war das Schalke-Spiel, das Schalke-Spiel hat er nicht genannt unter den schlechten Spielen, weil es quasi so weggedreht hat von wegen, ey, die anderen waren nicht so schlimm, weil war ja nur ein Torabstand, da war was drin, also, wenn ich an schlechte Spiele denke, an Spiele denke, wo ich mir wirklich komplett an den Kopf fasse, dann ist da Schalke mit ganz vorne dabei und er nennt das nicht mal in seinen schlechten Spielen quasi, die da irgendwie dann aufgelistet wurden an dem Zeitpunkt, fühle ich auch überhaupt null, was ich auch überhaupt nicht fühle, ist dieser Auftritt im Ganzen mitten in so einer Phase, wie wir sie gerade haben, die mal wieder gut ist, die mal wieder euphorisiert ist vor einem Pokal-Halbfinale, weil auch hier, ich habe es auch so geschrieben als Stichpunkt, er sagt quasi nur so ein bisschen lapidar nebenher, wie gut es unter Hoeneß läuft, so, es wirkt, es wirkt für mich so, als würde, als würde Werle es gar nicht groß anrechnen, wie gut es unter Hoeneß bisher läuft, wie gesagt, Hoeneß hat jetzt in drei, vier Spielen mehr Punkte geholt in der Liga, als Labbadia in seinen, keine Ahnung, was in der Liga waren, zehn Spiele waren oder so und das kommt da gefühlt gar nicht raus, das kommt da auch gefühlt gar nicht richtig zur Rede und das finde ich schon sehr, sehr fragwürdig und auch sehr unfair Hoeneß entgegen, weil, ey, das ist krass, was hier gerade passiert und auch hier, er spricht non-stop den Kader an, der Kader war schlecht, Kaderzusammensetzung war schlecht, hier war schlecht, da war schlecht, er spielt es immer so in die Richtung an, von wegen, als Sven Mislintat noch quasi hier war und als er noch verantwortlicher Sportdirektor war und sowas schiebt, alles zu ihm, alles zu Mislintat und ey, warum hocke ich mich als Sportvorstand, also es gibt Gründe, um den Kader zu realisieren, 100% und auch strategisch für die Zukunft oder auch ein paar Punkte, die ganz okay sind, aber warum setze ich mich denn als Sportvorstand jetzt an einem Sonntag nach dem 2-1-Gegen Gladbach, das erste Mal seit Jahrhunderten auf Platz 15 wieder gefühlt, für die Fanszene gefühlt, in den Doppelpass, vor dem Halbfinale im Pokal, das wäre das erste Mal Finale oder ist auch das erste Mal Halbfinale seit 10 Jahren und dann fährst du nach Berlin auswärts, wo du auch nochmal einen richtig großen Schritt machen kannst bei der Hertha und dann hocke ich mir als Sportvorstand an dem Sonntag zwischen dem ganzen Gedöns in den Doppelpass und dreht gefühlt nonstop den Kader schlecht, der es ja offensichtlich nicht ist, wäre der Kader schlecht, hätte es auch gegen Gladbach verloren, wäre es doch nicht mehr im Pokal und so weiter und so fort, hätte es in Bochum verloren und so weiter und so fort, gegen Dortmund nicht mehr gedreht und so weiter und so fort, dass man da was kritisieren kann, 100 Prozent, aber ich finde es im komplett falschen Zeitpunkt, jetzt wäre mal Zeit auch zu sagen, ey Jungs, das machen die gerade gut, das macht das Trainerteam gut, das Team ist voll da, alles gut, nee, er spricht dann nonstop, wenn es um Kader geht eigentlich, natürlich auch immer mit der Missland hat, Vergangenheit und Vergleich immer, er spricht nonstop diesen Kader schlecht und das fühle ich überhaupt nicht in der aktuellen Situation, das passt einfach nicht rein, das gehört sich in dieser Situation einfach nicht, finde ich, er bietet auch dem Quast an, dass er den Vertrag von bei dir immer zeigen könnte unter vier Augen, auch interessant und ich habe es hier kurz als Zwischenpunkt genannt, insgesamt mal wieder uneinsichtig und unangenehm, ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen, was ich auch hier reingeschrieben habe, was ich auch wichtig finde zu erwähnen, dass natürlich auch gerade bei einem Werle oder auch bei einem Fuchs oder bei generell vielen, die gerade kritisiert werden, immer eine gewisse Voreingenommenheit herrscht, also vom Gefühl her finde ich auch, dass ein Werle gefühlt auch gar nichts richtig machen kann, so der kann, der kann die geilsten Sachen machen, die er will gerade, also er tut es natürlich nicht, aber er könnte und ich glaube, das gäbe immer noch genug, die es kritisieren würden, einfach weil es aus dem Mund oder aus der Federführung von Werle kommt, das finde ich auch wichtig zu sagen, aber gleichzeitig gut öffentlich aufzutreten oder sei es auch eine Pressekonferenz und so, das ist einfach nicht die Stärke von Alexander Werle, er sagt, dass der Stellenwert der eigenen Jugend auf ihn nicht so hoch gewirkt hätte, als er kam damals, viele Auslaufverträge und so weiter, aber da muss man auch sagen, hat auch einer auf Twitter, glaube ich, ein kleines Thread draus gemacht und da müssen wir, wo denn viele Jugendspieler verlängert, ob es jetzt welche sind mit Profikadernähe, mit Eckloff und so, ob es welche sind U19, ob es welche, vor allem auch welche, es sind aus U17, da wurden ja viele verlängert, also auch den Front sehe ich nicht so ganz, wo der herkommt. Interessant wird es dann in Richtung Planung und strategischer Planung vom Kader für die Zukunft, weil er spricht über Kaderplätze für junge Wilde, also Jugendspieler in der Saison 24-25, unter anderem, klingt also so, fast planungsmäßig, dass man vielleicht echt im Sommer, jetzt im Sommer 2023 jemanden holen könnte, wie zum Beispiel in Gilavogui beispielsweise, der dann für eine Saison noch Top-Leistung abliefert und da hilft, um dann eben ab Sommer 2024, ab der Saison 24-25, solchen Jugendspielern Kaderplätze bieten zu können. Bin mal gespannt, ob das irgendeine Auswirkung hat auf den Sommer, ob das gut geht, wie sie wirklich im Sommer planen, ob dann wirklich irgendwelche, eher, ich sag mal doof sagt, Altlasten kommen, um eben zu sagen, ey, jetzt holen wir erstmal ein bisschen Qualität rein, die aber vielleicht nicht mehr unbedingt vier Jahre spielen kann, sondern vielleicht nur noch zwei, aber hoffen eben, dass wir in der Rückhand unsere Jugend einbauen können und eben ab der Saison 24, vielleicht auch ab 2025, eben unsere Jugendspieler fest einbauen können in den Kader und eben hoffentlich dann auch irgendwann in eine Startelf. bin ich mal gespannt, ich gehe durchaus mit, wir brauchen die Jugendspiele, wir brauchen Identifikationen so, da hast du immer gleich doppelt Bock, denen zuzujubeln, den eigenen Jugendspielen und da gibt es auch nochmal gefühlt doppelt so viel Zeit als vielleicht anderen Transfers, die ja eben nicht diesen Steigeruch haben, wie man so schön sagt, aber hier auch nochmal, weil ich auch das manchmal für ein bisschen zu übertrieben halte mit den jungen Wilden, das ist auch kein neues Problem, so diese ganz großen Gormes, Kedira oder die letzten mit Rüdiger, Werner, die sind doch alle auch schon recht lange her, also es ist nicht so, als hätten wir jetzt noch 2020 oder 2017 mit, keine Ahnung, acht Jugendspielern in der Startelf gespielt, das ist ja auch nicht der Fall, also es ist schon ein längeres Problem und nicht erst untermissend hat und nicht erst unter ihm gab es immer nur irgendwelche Transfers aus Frankreich und hier und da, was ja auch so ein bisschen als stupider Kritikpunkt kommt, deswegen auch da finde ich es manchmal ein bisschen übertrieben, für mich wirkt das schon ganz okay, wie wir die Jugend aktuell planen, U17 ein richtig krasser Jahrgang, die U19 ist auch gut, viele, viele Nationalspieler, vielleicht geht halt echt was in den nächsten Jahren, plus eben auch, wenn wir darüber reden, dass Jugendspieler auch irgendwann wechseln oder früher schon wechseln, damals, als die ganz groß waren, die jungen Wilden zum Beispiel, da war Champions League Fußball da, von mir aus war auch später mal Europa League Fußball da, da war nicht dauerhaft Abstiegskampf, so logisch, dass dann manche eben einen anderen Schritt machen, eine andere Situation wollen, zu einem anderen Top-Club gehen, wie auch immer oder du eben auch im Abstiegskampf vielleicht mal eher nicht sagen kannst, ey, ich gebe dem jetzt die Spielminuten und hoffe, dass es funktioniert, wenn es um Abstieg oder nicht geht, als wenn du eben irgendwo auf Platz 9 stehst und sagst, ey komm, ob das Spiel jetzt 1-1 ausgeht oder 2-1 ausgeht, auch am Ende, egal, geht man ein bisschen Spielminuten, das sind auch alles ein bisschen andere Situationen, so ganz andere Situationen, wie gesagt, gerade diese jungen Wilden, die ich so im Kopf habe, oder gut, da war ich auch nicht alt genug, aber was ich mit jungen Wilden im Kopf habe, von so 2-3 mäßig, die haben ja alle gezockt in Champions League und so Geschichten, ne, also finde ich auch mal schwierig zu bewerten, ey, wie kann man denn jetzt gerade keine Jugendspieler einsetzen oder auch das Argument von wegen, ja gut, die anderen machen es doch auch nicht besser, aber ich verstehe schon eine gewisse Hemmung im Abstiegskampf dann einfach irgendwelche Jugendspieler loszulassen, dann eben im Vergleich zu zum Beispiel irgendeinem Mittelfeldklub auf Platz 10, Platz 9, Platz 11, ne, und auch hier Qualität über allem, Qualität über allem und da belasse ich es auch bei anderen Leuten im Verein, die näher dran sind, die mehr Ahnung haben, zu bewerten, ob ein Spieler, ein Jugendspieler, jetzt hochkommt zu den Profis und da auch eine Chance hat oder eben nicht, so, weil nur Jugendspieler hochziehen, damit welche hochgezogen haben, bringt auch nichts, Qualität steht hier über allen, was ich auch sagen muss, was ich immer Quatsch finde, diese ganzen Vergleiche da, auch von Bartels ständig, hier, man schaue nach Freiburg und hier und da, dieser Vergleich ist mir so dermaße Ofenkeks, du kannst das nicht vergleichen, du kannst beim VfB nicht so arbeiten wie in Freiburg, Umfeld, Fans, Medienlandschaft, das funktioniert einfach nicht, da fand ich es auch geil, wie Daumen den Bartels angegangen ist, der so ein bisschen quasi gesagt, von wegen Freiburg, gerade der große Verein und so Geschichten, da richtig Contra von wegen, ja jetzt vielleicht gerade, aber ey, pass mal auf, VfB immer noch hier und da, kann man bis ins alte VfB, Herz vom Daumen raus, ist ja auch Meistertrainer beim VfB, das Contra hat mir schon ganz gut gefallen, am Ende gab es ja auch nochmal von Werle, weil es von Quast hervorgehoben wurde, zum Thema Mercedes, dass die sich komplett rausziehen, Kampf Werle, das Contra, im Sinne von Mercedes zieht sich nicht komplett zurück, also er hat das komplett noch mit reingenommen, gibt ja auch nebenher schon die Gerüchte, den groß eingekündigten Sponsor von Werle, im Sport im Dritten war das glaube ich, dass der demnächst vorgestellt werden soll, könnte das vielleicht zusammenpassen, weil er sagt nicht von wegen, Mercedes zieht sich nicht zurück, Herr Quast, sondern er sagt, Mercedes zieht sich nicht komplett zurück, also in irgendeiner Form passiert da wahrscheinlich schon was und Ricky Palmers glaube ich auch hier wieder hat geschrieben, dass es wohl um einen Trikotsponsor geht bei diesem großen Sponsor-Announcement, also könnte das auch vielleicht zusammenpassen, dass eben zum Beispiel Mercedes vom Trikot verschwindet, aber in anderer Weise eben noch beim VfB-Sponsor bleibt und wir dann eben einen neuen Trikotsponsor haben, das ist auch noch ein interessantes Ding da kurz vor Schluss quasi in einem großen VfB-Blog und dann war es das eigentlich so mit den Sachen, die ich im Kopf habe, er hat ja noch ganz kurz, dass er eben, werde ich sagen, dass wir auf Platz 16 wären oder korrigiert, dass wir auf Platz 15 sind, kann mal passieren, ja, ich fand es auch witzig, haben auch mal Twitter-User geschrieben, ich fand es auch witzig, wie man das nicht im Kopf haben kann, weil gerade nach dem Gladbach-Spiel hätte ich sehr, sehr, sehr präsent im Kopf, dass man endlich auf Platz 15 steht, aber das sei mal vergeben, so Kleinigkeiten, es kann auch mal passieren, dass man da verrutscht irgendwie im Kopf oder gerade nicht ganz bei der Sache ist, deswegen möchte ich das auch nicht so groß an die Glocke hängen, glaube ich auch schon lange genug gesprochen, da waren doch einige Stichpunkte und war ja immerhin auch fast 40 Minuten, wo ich mal einen Stichpunkt dazu aufgeschrieben habe aus dem Doppelpass, falls es, wie ich zum Beispiel auch keiner live gesehen hat, am Sonntag, habe ich es ja auch in der Mediathek danach angeschaut und dann sind wir, glaube ich, durch für heute, wie gesagt, morgen Vorbericht, lasst mir gerne eure Meinung zu allen in den Kommentaren da, ist eine ganz klare Geschichte, auch natürlich Like und Abo nicht vergessen, danke fürs Zuschauen, hier natürlich viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Medic Mike 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 Vielen Dank.